Liebe Viktoria, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für unser kleines Q&A. Du kennst ja das Format mittlerweile schon ein bisschen und wir standen einfach mal rein, holen uns ein bisschen ab, wie ist deine aktuelle Situation und wie sieht so dein beruflicher Background so weit aus? Ja Marco, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Klar, können wir gerne machen. Ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe 2018 mein Abi gemacht, war dann erst mal ein bisschen unterwegs in der Welt und habe dann mein Bachelorstudium bei HPE, bei Hewold Packard Enterprise, dual gestartet mit der DHBW in Stuttgart zusammen und habe mich danach entschieden, einen dualen Master noch oben drauf zu setzen, war mir wichtig. Genau und arbeite jetzt eben, wenn ich nicht in der Uni bin, weiterhin bei HPE und bin dort im Bereich digitale Beratung tätig. Der Main Spot von HRZ ist ja hier in Böblingen. Wie ist das von deinem Wohnort, sag ich jetzt mal? Pendelst du hierher jeden Tag? Nimmst du eine WG oder wie ist das machbar für dich? Also ich habe im letzten Bachelorjahr beschlossen, Hotel Mama ist jetzt vorbei, ich muss ausziehen, Tapeten wechsel und bin nach Stuttgart gezogen. Dementsprechend kann ich ganz easy morgens mit der S-Bahn hier einfach herfahren und muss mir für die Zeit keine extra Wohnung nehmen. Okay, ja, wie du weißt, gibt es ja auch viele, die hier von ein bisschen weiter weg anreisen, dann das WG-Lifestyle nochmal aufleben lassen. Für uns oder für dieses Format immer wichtig zu sehen, wie so eine klassische Uni-Woche eigentlich aussieht und daher auch die Frage an dich, wie sieht für dich so eine ganz typische Uni-Woche aus? Eigentlich startet für mich die Uni-Woche schon sonntags, weil ich mir dann immer mein Mittagessen vorkoche. Ich bin dann natürlich in der Uni unter der Woche, mache aber nebenher auch noch ganz viel Sport. Also ich bin oft davor schon im Fitnessstudio, habe danach noch Termine. Also ich bin weiterhin in meinem Heimatdorf, auch im Musikverein unterwegs und somit muss das in der Woche ziemlich gut durchgetaktet sein, damit man auch eben alles schafft. Spannend, das hört sich nach wahnsinnig viel Aufwand, nach wahnsinnig vielen Terminen, To-Dos an. Ich hatte bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn man über berufsbegleitende Studiengänge spricht, kommt zunächst mal, oh, wie schaffst du das alles, wie bekommst du das alles unter einen Hut, wie bekommst du das geplant? Daher auch die konkrete Frage an dich, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Das heißt ja immer, Kommunikation ist das A und O. Dementsprechend muss ich halt auch rechtzeitig im Unternehmen, in meinem Team kommunizieren, hey, in zwei Wochen bin ich nicht da, da bin ich an der Uni und nehme mir dann halt auch eine komplette Woche frei und sage alle Termine ab, soweit es eben geht, ab und zu kommt doch was rein. Aber damit kriege ich Arbeit und Uni ganz gut unter den Hut, was das Private angeht. Ja, es ist ja wie wenn man arbeitet, die Hobbys sind morgens und abends, von dem her kann man das auch einfach noch im Anschluss machen. Wahnsinnig spannend, Viktoria. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine offenen und ehrlichen Antworten, auch zu dir, zu deinem Background. Ich glaube, das hilft jedem so ein bisschen, sich ziemlich genau vorzustellen, wie das hier bei uns abläuft und dass es auch am Ende mit ein bisschen Planung alles machbar ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, wie das hier bei uns abläuft.